Wer hat mehr Insta-Follower? Wer ist pünktlicher beim Physio-Termin? Keine Weile. Juche, warum machst du mal pünktlich? Du kommst mal zu Fäden. Was laufst du jedes Mal? Juche, jedes Mal musst du Straßenseiten. Wer ist netter zum Funktionsteam? So ein Dings für Gleiche oder so. Keine Weile. Ey Juche, du nimmst ja alle Köpfe nicht. Wer braucht länger im Bad? Keine Weile. Wer geht öfter zum Friseur? Junge! Wer ist der Grillmeister? Jetzt bin ich gespannt. Wer ist der bessere Zocker? Einstimmung! Wer räumt den Zimmer auf? Hast du mal geschaut? Einstimmung! Wer benutzt mehr Parfüm? Und die letzte Frage. Wer hat die größere Kulturtasche? Keine Übereinstimmung. Danke euch! Ich habe mich schon so gemacht. Ich wollte es so machen, ich habe gesagt, komm, lass mal. Bis zum nächsten Mal.